Wir werden das auf jeden Fall dicht machen, das reicht. Ähm, ja, die Viecher nerven sowas von, ne? Ja, Jetpack hatte ich ja schon. So, da guckt euch mal das riesen Loch an. Autsch, verpiss dich. Schaut euch mal dieses verdammte Loch an. Autsch. Los, stirb. Muss das Vieh, ach da. Boah ey, du nervst, ne? Ich seh das gar nicht. Toll. Komm, runter da. Dicht machen. Hey. Was war das? Zack, zack. Zack, zack. Na gut, solange ich ja nicht davon stelle, ist das ja egal. Könnt ihr mich ruhig angreifen? Muss aber ein bisschen aufpassen. Äh, zack, zack, zack. Dicht machen erstmal. Ja, du mich auch, scheiß. Missvieh hat mich fast getroffen. Wow, woher kommen die denn alle schon wieder? Zack und zack. Dicht. Und weg hier. Boah ey. Die gehen mal so auf den Sack, ne? Ihr scheiß Missviecher haut ab. Lass mich in Ruhe. So, weg hier. Ah, Mann ey. Ich glaub da sind noch mehr. Und das sonst wird noch. Da sieht man das. Seht ihr? Ich glaub da ist der, wo der tot am Stand. Na gut. Weg mit der Brille. Raus aus dem Cheat Mode. Boah ey. Sind aber auch aggressiv, die Mistdinger, ne? Ähm, zack. So. Ach ja. Mann, 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 Mann. Ich will aber unbedingt mal in die Kiste reingucken, die da hinten ist. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Dann mal andere Sachen raus von da hinten. Boah. Da ist doch auch ne Menge drin, ne? Selbst Marvel nimmt immer jede Menge. Ba-la-da-da-da-da. Duh-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ähm. Ja, manchmal hilft das ein bisschen mit den Rezept. Kann man nicht so schön sortieren. Chat-Pack ist auch fast leer. Ich habe geschafft, wo ich hier ein bisschen gemacht hatte, weil die dann aufgehört hatte, komischerweise warum auch immer, dass ich runtergeflogen bin und keine Energie mehr hatte und unten erst mal festsaß. Das ist mir toll. Toll. Aber wir haben da oben genügend Energie drin. Aufladen. Chat-Pack. Aufladen. Aufladen. Nun bei so ein bisschen was trinken. Nun bei lädt sich das dann wieder auf. Okay, genügend Energie hat das auf jeden Fall noch. Doch. Aber wer weiß, wie lange. So. Iron. Iron. Ganz schön viel. So. Zack, zack, zack. Ich habe nämlich gesehen, wenn das irgendwie dicht gemacht ist, da können die nicht raus. Und vorher hingen die auch da drin fest. Das habe ich auch noch gesehen. Das kann da rein. Papier kann da rein. Die kann da rein. Komm, Töte kann da auch rein. Ähm. Sieben Diamanten. Das haben wir. Und ich werde was machen. Und zwar werde ich mir noch eine gleichfertige Eisenrüstung machen. Und dann rein da. Also, wenn wir das Ding holen. Zack, 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 zack. Also an die Kiste ran. Was auch immer da drin ist. Schuhe. Zack, 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 zack. Da guckst du mal, ne? Kommst aber nicht rein. Zum Glück könnt ihr nicht durch geschlossene Räume. Also geschlossene Türen und alles. Ähm, weg. Weg, weg, weg. Erstmal weg tun. Weil ich nicht zu sehr was zu viel verliere. Okay, ich würde sagen. Wollen wir mal, ne? Ah. Hilfe. Autsch. Hau ab. Boah, ey. Wie die Dinger nerven. Aber ich glaube nämlich... Oh, guckt euch da an. Guckt euch an, wie viele da sind. Ach du Scheiße. Vielleicht ist da auch noch so ein Loch bei. Das andere, wo das ist, da ist halt ein Obsidian. Also stand ein Obsidian. Vielleicht liegt das auch da drin. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie man die verfluchten Dinger schließt. Wenn ihr das wisst. Boah, ey. Oder sollte der Zerrer nicht ganz weit laufen? Ich weiß das nicht. Mann, 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 Mann. Waaah. Wow. Wollte schon sagen, aber das war ein Händchen. Boah, ey. Dinger nerven aber auch. Jetpack ist zu langsam. Lauf doch mal. Sprinte. Komm. Ey, wir wollen aber nicht so wirklich sprinten. Also hier sind es zumindest keine. Oh, ey. Bam. 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 Lalalala. Lala. Hüpf. Wie viel Energie haben wir denn noch? Auch kaum genügend. Ähm. Da oben war das. Dö, 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 dö. Lalalala. Hüey. Bin ich bald oben. Und. Zack. Zack. Komm, die Longfallboots können wir anlassen. Und. Undada. Hi. Hi. Yo. Ne Portigun. Geil. Komm, wir nehmen mal alles mit. Alles greift mich nicht mal an. Cool. Wir haben ne Portigun. Ach du Scheiße, ist das geil. Bam. Hi, ihr Scheißwisp. Hallo. Hi. Autsch. Und tschüss. Weg bin ich. Ähm, auf Erlöschen. Ups. Ach Scheiße, jetzt war ich wieder oben. Ich hab falsch gelaufen eben. Bam. Warum auch immer. Zack. Ich hab ne Portigun. Geil. Wie geil ist das eigentlich? Rennst du einfach mal so rein. Guckst, was in die Kiste drin ist und was ist drin. Ne Portigun. Ach du Scheiße. Aber das sollen ja auch sein. So wie ich das aus dem Megaprojekt mal gekriegt hab. Dass man die auch so findet. Ui. Die Portigun ist einfach zu geil. Gibt's denn noch so ein Ding irgendwo? Ba ba. Ba 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 ba. Bam. Da hinten irgendwo hinschießen. Und zack. So kann man auch weiter Strecken machen. Bam. Wow. Oh. Shunk. War das knapp eben. Hm. Boah ey. Diese scheiß Mistviecher, ne? Boah. Da sind sie. Autsch. Hilfe. Ähm. Ich hab nix zum Bauen dabei. Und sonst würde ich die Löcher bei den Obsidien Dingern zubauen. Ähm. Wohren das? Ich glaub das wird schon wieder dunkel. Du 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 du. Bam. Oder mach. Bam. Ja. Okay. Zack. Haben wir da erstmal ein Loch. Warte mal. Ähm. Wow. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da auch noch ein Wisp rauskommt. Aber das Ding ist schon mal dicht. Hm. Da können die eigentlich nur noch da drinnen reinkommen. Aber sieht man ja nicht wirklich. Schade. Hi Hühnchen. Ups. Äh. Zack. Warte mal. Das Cable Portal. Das könnte ich ja eigentlich hier ran machen. Zack. Dann komm ich da ganz schnell hin. Ähm. Ein Stack reicht. Wow. Ich glaub nämlich, dass es auch hier rum ist. Zack. Einfach Tisch bauen. Komm. Lalalala. So. Zack. 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 Oben drüber noch. Dicht. 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 Und dicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaub, da sind überall welche. Nämlich. War schon übertrieben. Echt. Zack. Löschen. Ich will schlafen, aber nicht schießen. Geil. Ja, wir haben ja eine Porta Gun. Was geil ist, ja. So sparen wir auch Energie. Machen wir einfach hier ein Loch. Also ein Portal. Und. Einfach. Da unten. Da. Viel zu hoch. Bam. Boah ey, da ist aber noch viel jetzt, ne. Mann, Mann, Mann. Ach. So, wie ich das flochen darf. Ja. Hehehe. Aber man, ich brauch grad nur Scheiße mit der Porta Gun. Echt. So. So. Was haben wir denn hier noch drin? Das, das, das. Äh. Zack. Und da hinten hat man noch ein bisschen drin. Warte mal. so weit zu laufen. Bam. Bam. So. So geht das. Einfach für Faule. Für wirklich faule. So. Was haben wir denn hier? Das, das, das. Dann haben wir die. Und die. Für nicht wollte stricken. Warte mal. Gelb. Machen wir das so. Ähm. Das, das, das. Kommt da rein. Sortieren wir mal wieder so ein bisschen. Dann, guck mal hier haben wir Obsidian. Können wir uns nämlich auch mal ein Portal bauen. Das, 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 das. Guck mal, wir haben hier auch nicht mal wirklich Platz drin. Shit. Shit, shit, shit. Eigentlich müssen wir die mal erweitern. Ähm. Ach. Ui. Fuck. Flap. Flap, flap. Ähm. Zack. Zack. So. Du da hinten. Oh, da wollte ich aber nicht durch. Shit. Das ist schon ein bisschen blöd. Ähm. Brauchen wir eh gerade nicht. So. Hier haben wir auch noch mit Diamanten. Redstone. Das. Zack, zack, zack. So. Und nur noch Müll. Kommt auch mit. Und durch da. Wird sagen. Tun wir die ganzen Ärzte auch hier mal mit rein. Schatz. Und so. Aber das brauchte eigentlich nicht rein. Bop, 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 bau. Äh, ist mir schon wieder warm. Dip, 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 dip. Ja, davon hatte ich mir nochmal eine zweite gebaut gehabt. Wo das sein musste. Weit ich nämlich gebrauchte. Aber dann mach das. Zack, zack. Wieso habe ich hier denn Flinz drin? Bin ich denn bescheuert? Passt da nicht rein. Okay. Ähm, ja. Einmal. Zwei Stück waren da drin. Die haben wir hier. Okay. Dann. Können wir die wieder so machen. Zack. Verarbeiten. D Witchy. Die hat Ehe. Ich zeige nicht. Нjalin. Da統 devil.